Ich hatte eine 6 in Mathe und mit Geld wurde sie nicht besser, unverschämt. Wow, 4,2 Sterne Superschule in Münster, let's go. Lehrer haben mir gesagt, ich kann nix, sonst mega geil da. Hammer Schule, nur komische Lehrer. Gutes Gymnasium. Die Mädchen werden an dieser Schule zu starken und selbstständigen Mädchen gemacht. Superschule, weiter so.